Tja, und jetzt geht er los. Echt und anders. Der Podcast des SVS. Heute mit dem Präsidenten des SV Sandhausen. Herzlich willkommen, Jürgen Machmeier. Ja, danke schön. Und wir steigen ein, natürlich mit der Aktualität. Wie könnte es anders sein? Was macht so ein Knockdown in der Nachspielzeit in Braunschweig mit dem emotionalen Jürgen Machmeier? Ja, zunächst mal herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass Sie alle dabei sind. So ein Knockdown in der Nachspielzeit, wie soll ich sagen, ist man fast schon gewohnt in der Saison. Wir bekommen laufend irgendwo Nackenschläge, die wir wegstecken müssen. Stehen dann manchmal wieder auf. Gelingt uns nicht immer. Aber es ist schon, gerade Braunschweig war schon ein harter Tobak. Zumal wir vorher eine große Chance hatten. Zumal wir in der ersten Halbzeit hätten wir einen Elfmeter kriegen müssen. Wo unsere Mannschaft sich nicht gewehrt hat leider. Hätte man ein bisschen mehr reklamieren müssen. Der Kevin Behrens wurde klar gefoult, als er an den Pfosten geschossen hat. Das sind alles so Dinge, die man im Moment verarbeiten muss. Aber wie gesagt, auch diese Niederlage werden wir verarbeiten und haben sie verarbeitet. Wir müssen jetzt schauen, dass wir sportlich wieder in die richtige Richtung arbeiten die Woche. Ich glaube, dass wir unsere Heimstärke bewahren, was nicht leicht wird gegen Düsseldorf. Aber wir müssen einfach daran weiter hart arbeiten und darum kämpfen, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Wieder ein Heimspiel gewinnen und dann endlich mal daran glauben, dass wir auch mal auswärts wieder gewinnen können. Aber sicherlich ist es ein Rückschlag gewesen, weil mit dem Unentschieden hätte man leben können. Und den Ball trifft er wahrscheinlich von 100 Mal. 99 Mal tritt er in den Himmel. Aber es ist leider so gegen uns. Es war schon in Paderborn vor zwei Wochen so, dass der wahrscheinlich von 100 Mal aufs Tor schießen, einmal den Winkel trifft beim 2-1. Das müssen wir einfach jetzt annehmen oder das haben wir angenommen. Und das sind Dinge, die müssen wir wegstecken. Bleibt uns nichts anderes übrig. Aufgeben ist keine Option. Ich boh noch mal ein bisschen zurück. Wie lange beschäftigt so ein Spiel Sie und wann wird der Fokus wieder auf das nächste Spiel und damit natürlich auch auf eine neue Ausrichtung und, wie man sie kennt, emotional feurige Ausrichtung gelegt? Ja gut, das ist so ein Up und Down. Man denkt relativ schnell um. Und wer mich kennt, weiß ja, dass mich nicht interessiert, was vor einer halben Stunde war, sondern dass mich eher interessiert, was vor mir liegt, dass ich da relativ schnell um- und abschalten kann. Aber komischerweise gerade Braunschweig hat mich heute Nacht nochmal beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, ungewohnt. Diese Szenen, die eigentlich entscheidend waren gegen uns. Aber wie gesagt, das ist für mich so eine Option, immer mal wieder zurückzudenken und zu sagen, ach Gott, schade, dass das und jenes nicht war. Das bringt uns, denke ich, alle nicht weiter. Und es bringt weiter, dass wir optimistisch nach vorne denken und sofort in der Minute, wo wir was nicht mehr ändern können, versuchen, die positiven Dinge anzugehen und auch den Samstag einfach positiv anzugehen. Wir hatten zuletzt sehr viel Aufbruchstimmung hier. Das konnte man an allen Ecken und Enden spüren. Warum sind trotz der Niederlage Gerhard Kleppinger, Stefan Kulowitz nach wie vor die Richtigen? Ich denke, da gibt es jetzt wirklich mehrere Gründe. Aufbruchstimmung, mit einer Aufbruchstimmung verbindet man ja eigentlich in drei Spielen zumindest sieben Punkte. Leider haben wir nur drei geholt. Es ist aber trotzdem zu spüren, dass die Mannschaft anders reagiert, dass die Mannschaft die Aufgaben anders angeht, dass auch mehr Freude drin ist, dass auch mehr kommuniziert wird außerhalb des Trainings, dass einfach eine bessere Grundstimmung ist, dass auch die Niederlagen dann schneller verarbeitet werden, dass man schneller in eine positive Stimmung reinkommt. Sicherlich spielt da die Rolle auch, dass die Mannschaft sich klar für die beiden ausgesprochen hat und hat gesagt, das sind die Richtigen, mit denen wollen wir zusammenarbeiten, mit denen ziehen wir den Karren aus dem Dreck, mit denen werden wir das schaffen und hat sich klar bekannt. Deshalb ist auch letzten Endes das Alibi weg für die Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Wenn eine Mannschaft sich klar zu den Trainern bekennt und sagt, mit den zwei trauen wir uns das zu, dann muss man das auch so vom Vereinsseite annehmen. Und wir müssen auch bedenken, egal wen wir hier holen, sind der Namen genug gefallen, ob sie dann machbar sind oder nicht, oder ob sie zu uns wollen oder nicht wollen, sei mal dahingestellt. Aber jeder Trainer, der hierher kommt, braucht drei, vier Wochen, um die Mannschaft kennenzulernen, die Mannschaft, den Trainer kennenzulernen, die Mechanismen, neue Abläufe. Und ich denke, das wäre jetzt einfach zu viel. Das sieht man bei anderen Vereinen, die dann wirklich dreimal den Trainer gewechselt haben, wo es auch nicht besser geworden ist. Es ist jetzt einfach zu viel. Mannschaft und die beiden, die kennen sich. Der Stefan und der Klebo verkörpern den SV Sandhausen. Der Stefan Kulowicz so viele Jahre als Führungsspieler hier, der weiß, um was es hier geht. Und der bringt es auch der Mannschaft rein. Und ich hoffe, dass er jetzt morgen oder übermorgen wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann, nach seinem Corona-Fall, um der Mannschaft einfach auch positive Energie, positive Impulse jetzt mitzugeben. Und die machen das auch ganz gut. Die geben einen klaren Plan vor. Die geben auch einen einfachen Plan vor. Und von dem her bin ich nach wie vor optimistisch, dass wir den Kopf aus der Schlinge ziehen. Vielleicht am Ende des Tages auch. Müssen wir es diesmal als Erfolg sehen, wenn wir in die Relegation kommen. Ist meiner Ansicht nach im Bereich das möglich. Und wir dürfen auch nicht träumen, dass wir da noch Platz 12, 13, 14 erreichen. Sondern es wird jetzt eine harte Herausforderung. Es wird viel Arbeit. Es wird eine harte Arbeit, die wir jetzt vor uns haben, um diesen zunächst mal Relegationsplatz zu erreichen. Und wie gesagt, für mich wäre es ein Erfolg. Über die Relegation werden wir das dann auch schaffen. An der Stelle wollen wir natürlich unserem Kulo nochmal gute Besserung wünschen und hoffen, dass er bald zurückkehrt. Es war doch nicht so einfach diese Corona-Erkrankung. Und so einfach konnte er es auch nicht wegstecken. Aber er ist auf dem Weg der Besseren. Wir warten auf die Werte. Die sollen heute noch kommen. Ich hoffe, dass die gut sind. Dann können wir morgen oder übermorgen wieder einsteigen. Wäre jetzt ein wichtiger Impuls und auch eine wichtige Unterstützung für den Klebo, der das ja gut macht. Aber wir brauchen beide. Jetzt haben wir natürlich einige Ausfälle vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit Linsmeier Contento. Und der dritte im Bunde ist... Tim Kister. Tim Kister natürlich, ja. Fallen drei Gelbgesperrte aus. Zudem kam heute von Alex Schiroff die Meldung Einspielsperre, Geldstrafe. Ja, genau. Das heißt, die vier werden nicht dabei sein, definitiv. Haben Sie das Gefühl, dass das im Moment in der Mentalität der Mannschaft fast sogar nochmal einen Schub geben könnte, nach dem Motto, jetzt erst recht? Letzten Endes sind genug Spieler da, die jedes Mal enttäuscht sind, dass sie nicht spielen. Und am Samstag gegen so einen tollen Gegner wie Düsseldorf haben sie wieder die Plattform und die Zeit, die Möglichkeit, allen zu beweisen, dass sie gute Zweitligaspieler sind. Und von dem her ist man jetzt nicht bange. Schade, klar, dass der eine oder andere ausfällt. Aber der eine oder andere von den Vieren hat auch nicht das gebracht, wie wir es uns vorgestellt haben. Und von dem her ist es ganz gut, dass mal die Nächsten die Chance bekommen, den einen oder anderen, der jetzt ausfällt, zu ersetzen, um das besser zu machen. Also wie gesagt, man muss sich dann auch ein Stück weit als Spieler Kritik gefallen lassen, dass man doch nicht so einen ganz guten Auftritt gehabt hat. Und dass die gelbe Karte vielleicht auch zu einer Leistung gepasst haben. Okay. Das Eckfähnchen geschwungen haben wir gesehen, gemerkt, gehört. Dann, warum holen wir drei Punkte am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf? Weil wir daheim eine völlig andere Gier, eine andere Selbstverständlichkeit an den Tag legen, weil wir hier unsere Festung Hartwaldstadion, trotz, dass keine Fans da sind, bisher gut verteidigt haben. In unserer Situation, in der wir sind, haben wir das bisher ganz ordentlich gemacht, bis auf das eine oder andere Spiel, aber das ist normal. Und uns liegen auch Mannschaften besser, die wir bekriegen können, wie die, gegen die wir das Spiel machen müssen. Das klingt optimistisch. Ich bin angesteckt. Ich hoffe, ihr auch. Und damit schließen wir so diesen ersten kleinen Teil der aktuellen Bestandsaufnahme. Und freuen uns natürlich auf das Spiel am Wochenende, am Samstag hier. Insgesamt zehn Spieltage haben wir in dieser Saison noch zu gehen. Zehn Spieltage Zeit, um auch die Abstiegsplätze zu verlassen. Sie haben sie eben angedeutet, gegebenenfalls auch, um am Ende über die Relegation unser Ziel noch zu erreichen. Es war eine unruhige, holprige Saison bislang. Ist das momentan vielleicht die schwierigste Phase in Ihrer über 20-jährigen Amtszeit als Präsident des SV Sandhausen? Ach Gott, die Woche hat irgendjemand geschrieben, sie sind schuld, dass der SV absteigt. Da habe ich eine Mail bekommen. Da habe ich mir noch überlegt, ob ich zurückschreibe. Ich bin aber auch schuld, dass der Verein in der zweiten Liga spielt. Wir wollen aber keine Diskussion auslösen. Wichtig ist ganz klar, dass wir alle zusammenhalten, dass wir Ruhe bewahren, dass wir einen Schulterschluss üben, Mitmannschaft, Fans, Sponsoren, mit allen drum und dran. Hier die Mitarbeiter, alle, die für den SV fiebern. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt einen wahnsinnigen Zusammenhalt demonstrieren. Es ist wichtig, dass wir Ruhe haben, auch nach außen. Auch von den Fans, die haben es ja jetzt gut gemacht, die letzten zwei Wochen, haben die auch die Kurve bekommen, von viel Kritik zu viel Unterstützung, muss ich sagen, auch da. Es ist wichtig, dass wir dann den Support bekommen, dass die Spieler merken, wir haben eine Unterstützung, es gibt hier keine auf. Es war oder ist bisher eine grausame Saison, auch für mich, ganz klar. Wir sind mit ganz anderen Ansprüchen angetreten. Wir sind mit Spielern angetreten, die wir uns in Sandhausen vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnten. Leider ist die Mannschaft nie zur Ruhe gekommen. Es ist eine ganz komische Situation. Der Uwe hat ein Stück weit zu überzogen in seinem Ziel, ich möchte unbedingt Siebter werden. Ich habe mir die Spieler dazu geholt. Es ist ja so, dass wir jeden Spieler, der hier ist, ist ein Wunschspieler von Uwe Koschenert gewesen. Da hat er überzogen, in dem er will unbedingt. Das war dann zu viel für die Mannschaft. Dann haben wir gedacht, mit Michael Schiele holen wir einen ruhigen Typ, der nahbarer ist und so weiter, der vielleicht auch ein Stück weit die Mannschaft ein bisschen beruhigen kann. Das hat nicht funktioniert. Das war dann zu, wie soll ich sagen, der Michael hat diese, er ist ein guter Typ, er ist ein guter Trainer, er weiß, was er will, aber war zum falschen Zeitpunkt bei der falschen Mannschaft. Die Mannschaft ist schwer, ist schwer im Moment oder in der Saison in den Griff zu bekommen. Und wie gesagt, es ist immer irgendwo ein Stück weit Unruhe drin. Es ist immer, es ist kein Gefühl der Harmonie da, wie wir das die letzten Jahre haben. Da will ich aber jetzt nicht nur die Schuld der Mannschaft geben, das wäre falsch. Wir haben richtig gute Jungs. Aber auch da, bei den richtig guten Jungs, die haben es nicht geschafft, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die haben es nicht geschafft, vielleicht auch mit dem Druck fertig zu werden, diese Verantwortung, die wir von ihnen erwartet haben, zu übernehmen. Es ist von allem ein bisschen, aber das ganze Gefüge ist in der ganzen Saison noch nicht zur Ruhe gekommen. Wir sehen in vielen Spielen, dass die Mannschaft oder dass jeder Einzelne für sich eine Qualität hat. Aber die Mannschaft hat es nicht geschafft, eine Einheit zu werden und sich auch da richtig zusammenzufügen, zu vernetzen, auch auf dem Platz, außerhalb vom Platz. Es ist einfach, es sind viele gute Spieler, aber nicht letzten Endes so eine gute Mannschaft, wie wir das uns vorgestellt haben. Und eins ist auch klar, ich habe das schon jahrelang gesagt, wenn Pauli, wenn Bochum, wenn Nürnberg, wer weiß, also diese Traditions und großen Vereine mit ungleichem finanziellen Potenzial als wir, sich eine Fehlplanung in der Saison, in der Kaderplanung leistet, dann werden sie halt nicht Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster, dann werden sie, was weiß ich, Zwölfter oder Vierzehnter, aber steigen in jedem Fall nicht ab. Ich habe immer gesagt, wenn sich der SV Sandhausen mal in der Kaderplanung ein bisschen vertut, dass es nicht zusammenpasst, dann laufen wir Gefahr, abzusteigen. Und genau an dem Punkt sind wir. Ich bin nach wie vor von jedem einzelnen Spieler, der hier ist, überzeugt. Wir haben richtig gute Jungs, die haben alle ihre Fähigkeiten, ihr Können, aber es ist nicht so, dass wir die zusammenfügen können. Das passt nicht zusammen, das passt mal, dass jeder für jeden arbeitet und hilft. Im nächsten Spiel sind wieder zwei, drei dabei, die vielleicht mit dem zufrieden waren, was die Woche vorher war, und denken, es geht von allein weiter. Es passt nicht zusammen und wie gesagt, deshalb müssen wir jetzt höllisch aufpassen, dass wir die nächsten zehn Spiele gute, kluge Entscheidungen treffen, dass wir die richtige Mannschaft auf dem Platz haben, dass wir vielleicht auch mal einen Spieler auf dem Platz haben, der qualitativ nicht so gut ist, aber in die Mannschaft besser passt. Das hatten wir ja letzte und vorletzte Saison auch gut hinbekommen. Also von dem her, müssen wir jetzt schauen, dass wir diese zehn Spiele, dass wir den Kopf aus der Schlinge ziehen und uns dann retten. Und da müssen wir lernen, müssen viel aus dem mitnehmen, was wir vielleicht jetzt gesehen haben, was nicht ganz glücklich war und müssen das in die nächste Saison rüberbringen. Und wie gesagt, ich bin 100 Prozent noch immer überzeugt, dass wir mindestens zwei, idealerweise drei, aber mindestens zwei Mannschaften zunächst mal hinter uns lassen. Sie sind ein unglaublich emotionaler Fußballfan, aber auf der anderen Seite auch ein sehr nüchterner Analytiker. Den braucht es auch, gerade in Sandhausen, um so einen Verein über so viele Jahre auch erfolgreich zu führen, immer mehr wieder auch zu wandeln. Wenn man jetzt natürlich so eine Rückschau auf diese Saison hat, ungewöhnlich zwei Trainerentlassungen für uns als Verein, das gibt es ja eigentlich nicht. Da kam natürlich jetzt auch Kritik, hat man Uwe Kochin vielleicht zu früh entlassen, war Michael Schiele der Falsche. Wie sehen Sie in der Rückschau, was kommen Ihnen da für Gedanken? Ja, nochmal, es hat ja alles seine Berechtigung und es ist ja immer schön, das kennen wir Unternehmer ja auch, dass wir Entscheidungen treffen müssen, wo man vielleicht auch mal irgendwann mal sieht, die war falsch. Und wir Unternehmer, wie Sie ja jetzt alle hier, die zuhören sind, wissen ja auch, dass es dann immer Schlaue gibt, die es dann besser wissen, aber die haben in ihrem Leben noch nie eine Entscheidung treffen müssen. Deshalb konnten sie nichts verkehrt machen und hinterher schlau sein, das ist ja, da kann man auch nichts verkehrt machen. Mag sein, dass wir vielleicht uns vom Uwe ein Stück weit zu früh getrennt haben, waren aber auch Signale da, aus verschiedenen Bereichen, dass wir das so tun müssen. Mag sein, dass der Michael der Falsche war, dass es eine Fehleinschätzung war, das ich sage ja, ich habe vorhin gesagt, er war zum falschen Zeitpunkt, also ich halte nach wie vor viel von ihm, aber er war zum falschen Zeitpunkt bei der falschen Mannschaft, wäre vielleicht ein guter Trainer, um in der dritten Liga was aufzubauen und dann reinzuwachsen in so eine Aufgabe. Aber wie gesagt, es sind sicherlich Entscheidungen, die man hätte besser machen können. Vielleicht hätten wir auch nach der Trennung vom Uwe den Kulo und den Klebo direkt nehmen müssen. Da kamen auch Signale aus der Mannschaft, warum lasst er das jetzt nicht gerade so. Hat ja alles seine Berechtigung. Aber solche Entscheidungen treffe ich weder aus dem Bauch raus noch emotional, sondern wenn man sieht, wir brauchen ja immer einen Tag, zwei, drei, um dann eine Entscheidung zu treffen, wenn man uns vom Trainer trennt. Das haben wir nie am Spieltag oder danach gleich gemacht. Sondern das sind dann schon Entscheidungen, wo man merkt, hier läuft was in der falschen Richtung und hier läuft was, was man nicht mehr aufhalten kann, egal was wir tun. Also man muss dazu sagen, dass ich ja eine Woche vor der Entlassung vom Uwe, oder bei Urlaubung vom Uwe, noch bei der Mannschaft war und die Mannschaft richtig gepackt hat, was die letzten Jahre immer mal funktioniert hat. Das hat da nicht mehr funktioniert. Also das ist auch so ein Zeichen, dass das ein bisschen mehr kaputt ist, wie nur Verhältnis, Trainer, Mannschaft, nicht mehr intakt. Bei Michael haben wir viel probiert, also auch von meiner Seite viel Input reingegeben, viel probiert, viel an die Mannschaft hingearbeitet, um die auf die Spur zu bekommen. Auch das hat nicht funktioniert. Also man muss dann schon am Ende des Tages auch mal sehen, dass einfach dann, wenn es nicht mehr passt zwischen Mannschaft und Trainer, dann muss halt der Trainer in den Saunenapfel beißen. Das ist halt leider mal so im Fußball. Den Job sucht man sich als Trainer so aus. Das ist, das kenne ich von meinem Hauptberuf nicht. Also bei mir arbeiten Leute schon teilweise 40 Jahre, ohne Fluktuation. Aber im Fußball ist es halt einfach mal so, wenn der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht und die Mannschaft nicht mehr bereit ist, für den Trainer durchs Feuer zu gehen, wenn sich das abnutzt, dann haben wir halt ein Problem. Wir haben nur einen Trainer, wir haben 30 Spieler, die lasse ich nicht austauschen. Und es geht immer in der Sache weder um Trainer noch um ihren Spieler noch um sie oder um mich. Es geht immer in der Sache nur darum, dass der Verein erfolgreich bleibt. Und es ist nun mal ein Riesenerfolg, dass der SV Sandhausen jetzt im neunten Jahr zweite Liga spielt. Wenn Ihnen das jemand vor fünf, sechs, sieben Jahren oder vor zehn, elf Jahren gesagt hat, das wäre unmöglich zu glauben gewesen. Und von dem her muss man auch mal so einen Unfall einfach jetzt auch von unserer Seite annehmen. Aber es wird kein Weltuntergang sein. Ziele sind da, um die zu erreichen. Wir haben uns vor der Saison ambitionierte Ziele gesetzt, ohne Frage. Die haben wir aber auch korrigiert. Auch das gehört dazu. Das muss man machen. Man kann nicht immer alles direkt erreichen. Manchmal braucht man vielleicht auch einfach einen Umweg. Was, 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 wie, wie ist im Moment die Situation? Wie, wie stellt sie sich für sich dar? Inwiefern ist das schwierig von außen? Da heißt es jetzt, oh, jetzt muss man für zwei Spielzeiten planen, für zwei unterschiedliche Spielklassen planen. Aber ist das wirklich neu für uns? Also zunächst mal ist es dieses Jahr von der Planung für jeden Verein ein bisschen entspannter. Wenn wir von der Korallenbleiche reden, dann werfen ja die Korallen Millionen von Polypen ab. So wird es dieses Jahr sein bei sehr vielen Vereinen aus der ersten, zweiten, dritten Liga. Die werden die Spieler abwerfen wie die Pest. Also es gibt Vereine, die 15, 20 Spieler wegschicken. Es wird Transferaktivitäten sehr wenig geben. Also das will heißen, und das haben leider die Berater und manche Spieler auch noch nicht kapiert, dass wir im Sommer eine brutale Schwemme an Spielern auf den Markt bekommen. Auch Spieler, die die jeweiligen Vereine noch gerne verpflichten würden, aber die völlig überzogenen und andere Vorstellungen haben von dem, was sie eigentlich verdienen können. Also es wird Vereine geben, die den Spielern allenfalls noch die Hälfte oder ein Drittel bezahlen können von dem, was sie bisher verdienen. Auch bei uns wird es den einen oder anderen Spieler knallhart treffen. Sodass also extrem viel Spielermaterial auf dem Markt sein wird. Und es wird sich noch bis Saisonbeginn mindestens auch hinziehen. Und es werden einige Spieler in der zweiten Liga, hauptsächlich in der dritten Liga, noch froh sein, wenn sie nächstes Jahr Regionalliga spielen dürfen. Das ist meine Meinung. Von dem her ist im Moment jetzt nicht der Zwang dahinter, wie in den letzten Jahren, wenn man so zweigleisig planen muss, dass man in zwei Wochen nach Ostern, in drei Wochen nach Ostern eine Mannschaft stehen haben muss. Und wir haben klare Ideen, wir haben einen klaren Plan, wie eine Zweitligamannschaft aussieht nächste Saison, wie eine Drittligamannschaft aussehen kann in der nächsten Saison. Da gibt es einen klaren Plan. Da haben wir klare Vorstellungen. Die werden wir die nächsten drei Wochen, vier Wochen vertiefen. Aber wie gesagt, dieses Szenario, wir müssen mal ganz schnell zweigleisig planen, das können wir noch ein bisschen warten. es wird eher besser. Es wird eher günstiger, es wird eher besser in der zweiten und in der dritten Liga. Und wir beim SV Sandhausen, wir müssen uns einfach auch mal ein Stück weit von dem lösen, was mal hier ein Zeitungsreporter in Sky von sich gegeben hat, von wegen, da geht die Welt unter. Fakt ist, die Welt geht hier nicht unter. Wenn wir mal diesen Unfall erleiden und absteigen, dann wollen wir direkt wieder rauf. Dann haben wir das Potenzial. Wir haben jetzt gerade unsere wirtschaftlichen Unterlagen fertig gemacht, gestern mit dem Wirtschaftsprüfer. Wir erkennen das Potenzial für die zweite Liga, obwohl wir da 1,8 Millionen weniger Fernsehgelder bekommen in der nächsten Saison. Andere auch. Andere bekommen 10 und 20 Millionen weniger, aber bei uns macht es 1,8 Millionen aus. Das müssen wir kompensieren mit Einsparungen, das müssen wir kompensieren mit mehr Einnahmen. Aber auch in der dritten Liga lebt der SV Sandhausen weiter. Wir müssen uns trennen von dem Thema, in der dritten Liga gehen hier die Lichter aus. In der dritten Liga geht hier gar nichts aus. In der dritten Liga ist, glaube ich, der Ehrgeiz genauso groß, dass wir dann sofort wieder eine gute Mannschaft zusammenbringen, dass wir sofort wieder den Aufstieg schaffen. Das müssen wir schaffen im ersten Jahr. Daran werden wir arbeiten. Und da haben wir auch unglaublich viele Verträge jetzt schon von unseren treuen Sponsoren, auch für die dritte Liga dieses eine Jahr. Das macht mich sehr optimistisch, dass wir da einen tollen Etat zusammenkriegen. Und deshalb auch nochmal der Dank für die Sponsoren, für das Bekenntnis. Jetzt, in der schwierigen Phase, aber auch zur dritten Liga. Von dem her ist es jetzt ganz klar, kein Horrorszenario. Es ist ein Unfall, es ist schon ein großer Schaden, aber es ist kein Totalschaden. Und wie gesagt, ich bin motiviert in allen Richtungen. Mich kriegt man nicht kaputt, mich kriegt man nicht klein. Und ich bin motiviert, auch diese Schleife zu drehen, dritte Liga. Es sei denn, es kommt jemand, das habe ich aber schon vor 15 Jahren gesagt, es sei denn, es kommt jemand, der macht es besser als ich. Dann ist es doch okay, dann unterstütze ich den sogar. Aber man muss einfach jetzt mal abwarten, noch sind wir nicht abgestiegen. Aber man muss sich auch mal von dem Thema befreien, hier gehen die Lichter aus, hier geht gar nichts aus. Hier geht es weiter, wie bei Dresden im letzten Jahr, wie beim KSC vor zwei Jahren. Hier geht es weiter, wie bei Freiburg, als sie abgestiegen waren, wie bei Stuttgart, als sie in die zweite Liga abgestiegen waren. Hier geht es genauso weiter mit dem gleichen Ehrgeiz, vielleicht noch mit dem größeren, zu sagen, den Unfall, den wollen wir gleich wieder korrigieren. Also da brauchen wir natürlich die Unterstützung von allen Sponsoren, aber da bin ich optimistisch, dass wir die auch bekommen. Das ist ein ganz deutsches Statement gewesen und glaube ich war auch mal ganz wichtig, dass man das einfach mal richtig stellt, dass man einfach auch eine volle Motivation hat, egal in welcher Spielkast es weitergeht. Und wie gesagt, wir sind längst noch nicht abgestiegen und nur klar ist auch, vorbereitet ist man auch dafür. Man denkt, man ist vorbereitet. Man denkt, man ist vorbereitet. Lassen wir für einen kleinen Augenblick diese momentan schwierige Situation so ein bisschen mal außen vor und machen einen kleinen Ausblick, was wünschen Sie sich, wenn wir den Sommer sehen, vielleicht die neue Saison, in der Hoffnung, dass uns diese Corona-Krise ein Stück weit wieder Luft zum Atmen lässt und wir sie in den Griff bekommen, sie ein Stück weit auch abgeschwächt ist. Vor allen Dingen natürlich in fußballerischer Hinsicht. Ich meine, es ist ja so, dass der Fußball gerade in dem Thema Corona-Hygienekonzepten, Stadionöffnung eine absolute Vorreiterrolle hat, letztes Jahr schon gehabt hat. Jetzt mit diesem Impulspapier an die Politik, mit vielen Wissenschaftlern, mit vielen klugen Köpfen, auch von uns, von der DFL aus, ein klares Szenario, ein vernünftiges, ein lebbares, ein erlebbares Szenario auch mal dargelegt hat, wie wir wieder schrittweise öffnen können. Das ist wirklich mein Wunsch für die nächste Saison, dass wir schrittweise auch mal wieder uns herantasten an das Stadionerlebnis, dass wir jetzt insbesondere auch beim SV Sandhausen unsere Sponsoren wieder begrüßen dürfen, dass wir unsere Stammfans wieder begrüßen dürfen. und das wäre zunächst mal so der erste Step, wenn wir mal mit 2.000, 3.000 Zuschauern wieder langsam die Heizung hochfahren dürfen, um dann, wie gesagt, dauerhaft, wenn, ich sage mal, der überwiegende Teil der Bevölkerung geimpft wird, es muss natürlich immer gesundheitlich von der Pandemie her so als auch politisch vertretbar sein, dass der Fußball da nicht ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber man ist ja da gerade auf dem Kurs. Ich hoffe, dass sich die dritte Welle nicht so bewahrheitet, wie es manche gerade jetzt als Horrorszenario aufzeigen. Sonst wird es jetzt eher wieder schwierig. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wirklich mit dem Impfrhythmus mal richtig in Schwung kommen. Das ist einfach zu dünn. Das hat aber nur mit dem Fußball zu tun. Das ist allgemein in der Bevölkerung ein Thema. Der Einzelhandel leidet. Es leidet jeder, der im Moment den Endkunden empfangen und bedienen kann. Und von dem her ist der klare Wunsch, dass wir das wieder nach vorne bringen. Aber wie gesagt, da war der Fußball auch der Impulsgeber. Die DFL, muss man ganz offen so sagen, wenn man dieses Impulspapier liest, dann gilt es jetzt für alle Sportarten, dann gilt es aber auch für Museen, für Theater, für Kino und für sonstige Events, für Konzerte. Dieses Impulspapier hat einen unfassbaren Inhalt, unfassbaren Wert. Mit dem kann man was anfangen, mit dem kann man jetzt arbeiten. Aber da war auch wieder die DFL, wie letztes Jahr bei den Hygienekonzepten, die dann europaweit übernommen wurden, war auch wieder mit dem Impulspapier jetzt. Ist ja öffentlich zugänglich. war die DFL wieder der Vorreiter und von dem her, es wird eine richtig tolle Arbeit geleistet bei der DFL. Leider scheidet der Christian Seifert aus, aber ich bin optimistisch auch da, dass man vielleicht bis Ende des Jahres da von uns, vom Aussichtsrat her, wir sind ja gerade bei der Findung eines Nachfolgers und dass wir da einen adäquaten finden, wird schwierig, aber Herr Seifert ist auch reingewachsen in die Aufgabe. Aber wie gesagt, der Fußball ist da ein Stück weit Vorreiter und wir müssen einfach wieder ein Stadionerlebnis hinbekommen. Ich denke, da sind wir jetzt alle auch heiß drauf und fiebern alle mit. Und vielleicht schaffen wir es noch bei den letzten Spielen. Kann ja auch sein, dass sich jetzt noch was zum Guten wendet. Aber das ist so der Wunsch, dass man zumindest in einer neuen Saison wieder Step by Step aufmachen können. Das war jetzt die Einschätzung des DFL-Aufsichtsrats Jürgen Machmeier zu dieser Situation. Und bevor wir gleich die Partner und Sponsoren direkt ansprechen, auch noch mal zu den Fans kommen. Stellen wir Sie so ein bisschen auf eine andere Art und Weise mal vor und kommen mehr zum Menschen Jürgen Machmeier, die fleißigen Podcast-Hörer kennen. Unsere Schwarz-oder-Weiß-Kategorie. Entscheidungsfragen mit kurzer Erklärung. Aber wir beginnen auch direkt mal. Schwarz-oder-Weiß-Fragezeichen ist auch schon die erste Frage. Schwarz-Weiß im Herzen, Lieblingsfarbe Blau. Okay, klar. Und Blau, und Blau bitte ohne Vereinswappen. Zugehörigkeit, ja, ja. Es ist okay. Nachteule oder Frühaufsteher? Ich kann beides. Je nachdem, was man von mir verlangt. Aber nicht den Frühaufsteher nach der Nachteule. Der geht auch. Der geht auch. Der geht auch. Der geht auch. Wobei, es wird immer schwieriger. Es wird immer mit mehr Gewalt, je älter ich jetzt geworden bin. Ist ja klar, geht ja nicht mir allein so. Aber wie gesagt, ich stehe gern Frühauf, wenn es sein muss. für mich ist es aber auch kein Problem, mal bis um 12.1 Uhr nachts zu arbeiten oder zu feiern oder wie auch immer. Also da bin ich der Flexible. Sehr gut. Wenn es wieder geht, Küste oder Berge? Berge hat man ja immer mal so eine Option gehabt, also mal die Küste wieder, mal das Meer mal wieder zu sehen. Ja, eher das. Ja, Küste. Gut. Vier. Film oder Serie? Film. Film. Gibt es einen Lieblingsfilm? Nee, alles, alles, wo es knallt und batzt und schießt und man nicht nachdenken muss und abschalten kann. Ist genial. Bisschen berieseln. Super. Singen oder tanzen? Tanzen. Tanzen? Ja. Freuen sich die Frauen oder ihre Frau vor allem. Frage sechs. Sommer oder Winter? Winter. Winter? Ja. Ich mag keine Hitze. Mir macht Kälte wenig aus und ich gehe gerne Skifahren und Sommer ist mir zu heiß. Gut. Dann nehmen wir gerne Winter. Frage sieben, die ein Schmunzeln hervorbringen wird, verrate ich Ihnen allen. Linker Socken oder rechter Socken? Immer rechter. Das müssen wir auflösen kurz. Immer rechter Socken zuerst. Rechter Schuh zuerst, rechtes Hosenbein zuerst, alles rechts zuerst. Wenn es dann mal misslingt, dass ich aus Versehen den Linken zuerst anziehe, wird er wieder ausgezogen und dann geht wieder der Rechte zuerst. Der Fußball-Aberglauben ist unserem Präsident zu eigen, ohne Frage. Ist aber auch nicht nur beim Fußball, ist es die ganze Woche so. Das ganze Jahr über. Insofern, ja. Wenn man also nach Besonderheiten fragt, das ist definitiv eine. Dann Frage acht. Selber kochen oder essen gehen? Boah. Leider ist es so, dass wir, also meine Frau und ich, unglaublich gut kochen, ohne uns loben zu wollen. Das ist die Reflexion, die wir alles bekommen. Und von dem her ist Essen gehen alsmals schwierig, weil man schlechteres Essen bekommt als zu Hause. Deshalb gerne essen gehen, dort, wo auch auf hohem Niveau gekocht wird. Weniger die großen Portionen als die guten. Was kochen die Machmeiers dann besonders gut? Das ist völlig kreativ und da gibt es keinen Halt. Okay. Irgendein Lieblingsgericht? Ne. Es gibt wirklich, also durch die Bank, unglaublich vielfältig. Also Lieblingsgericht, klar, gibt es so Roulade mit Kartoffelpüree oder einen schönen Sauerbraten mit Knödel. Das ist schon, aber das ist schon 50 Jahre mein Lieblingsgericht. Oder auch mal einen schönen Fisch oder so. Also wie gesagt, es gibt in der Kreativität keine Grenzen. Keine Grenzen. Nachdem wir Sommer und Winter geklärt haben, ist die nächste Frage fast ein Selbstläufer, aber ich stelle sie trotzdem. Flutlicht oder Sonnenschein? Flutlicht. Zu erwarten? Einfach Gänsehaut und Gänsehaut. Okay. Verdammt haben wir noch. Sneaker oder Kickschuhe? Boah, also Kickschuhe wäre jetzt schon ein bisschen vermessen. Ja. Okay. Also nehmen wir Sneaker. Zeit ist um, lieber Sneaker. Und letzte Frage. Superheld oder Superschurke? So ein Superheld mit Witz, ne? Ja. Der, so ein, so ein, alles Kleber, ja. So ein, alles Könner. Aber mit, 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 mit Eigenironie. So ein bisschen den Schurken beim, beim Helden. Gab ja so den einen oder anderen, der das mal ganz gut auf die Leinwand gebracht hat. Ja, genau. Sind wir wieder beim Film, wo es knallt und batscht. Sehr schön. Ja, 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 ja. Die 007s dieser Zeit und wer auch immer sonst noch. Ja, dann vielen Dank dafür. Private Einblicke auch. Das ist schön und bringt natürlich exklusiv für unsere Partner und Sponsoren was. Und zu denen kommen wir jetzt natürlich noch mal besonders, ganz klar. Ja, es ist eine schwierige Zeit für alle. Es war eine sehr schwierige Zeit auch für uns. Es gab den einen oder anderen Moment, wo man auch gedacht hat, boah, kriegen wir diese Unterstützung in dieser Zeit, die wir brauchen. Aber im Nachhinein, auch wenn wir sagen müssen, natürlich haben wir noch eine große Herausforderung vor uns. Aber ich glaube, Sie haben das ja auch schon mehrfach betont und vielleicht kann man es jetzt auch noch mal in direkter Ansprache genauso sagen. es war schon ein großes Commitment, was wir hier beim SV Sondhausen erfahren. Das war es schon in der letzten Saison. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen einen Einblick durch das Aufsichtsratsthema, wie es an den anderen Vereinen geht. Das war es in der letzten Saison schon, ist es jetzt auch. Deshalb glaube ich, dass wir alle, die hier beim SV arbeiten, mich eingeschlossen, diesen Stolz, den wir auf den Verein haben, dieses Besondere, was wir im Verein leben, dieses Andere, dieses Echte, dieses Bodenständige, dieses Glaubwürdige, auf unsere Sponsoren übertragen konnten. Wer auch immer, ob Sie als Mitarbeiter das waren, dass wir die Sponsoren so begeistern und mitnehmen konnten, oder ob ich das war oder ob das der Volker Pieksa war, egal wer das war, meine Vorstandskollegen. Ich glaube, wir konnten alle Sponsoren mitnehmen und ihnen einfach mal glaubwürdig rüberbringen, um was es hier beim SV geht. Das hat uns diese Glaubwürdigkeit, dieses Bodenständige, diese Seriösität, hat uns, glaube ich, das gebracht, was andere gar nicht wissen, dass es das gibt, sage ich ganz offen. Es gibt Vereine, die, wenn ich denen das erzähle, sagen sie, ja gut, machen wir ja, lüge mich weiter an. Es ist wirklich so, dass wir diese Solidarität bei den Sponsoren auf vieles zu verzichten oder sich mal mit Kompensation und Ersatzleistung zufrieden zu geben, dass das wirklich, also ich muss ehrlich sagen, vielen Dank in Deutschland einmalig ist. Es ist definitiv einmalig, was wir an Solidarität mit unseren Sponsoren haben. Das macht mich optimistisch für die nächste Saison. Das macht mich optimistisch, wenn wir den Unfall dritte Liga haben. Und wenn man mal, und wenn ich dem einen oder anderen mal erzähle, dass wir in der Saison jetzt weit über der Planung sind, die wir letztes Jahr vor Corona mit den Lizenzunterlagen eingereicht haben, dass wir also deutlich zugelegt haben bei den Sponsoring-Einnahmen zur letzten Saison. jetzt in dieser Zeit, dann ist das eine Sache, die man eigentlich mir nicht glauben kann, die aber Fakt ist. Also wir haben zugelegt und wir hätten noch ein wahnsinniges Potenzial gehabt, wenn ich allein den Wippen-Ehren-Gas-Bereich sehe, mit allen Facetten der Tages-Events und so weiter und so fort. Von dem her brutal vielen Dank an alle also ich bin wirklich stolz Präsident dieses Vereins zu sein und solche Sponsoren im Rücken zu haben. Das muss ich ganz offen sagen, das ist unglaublich und es ist unglaublich wichtig und es ist eine unglaubliche Unterstützung und es ist so ein unglaublicher Ausdruck, dass man sagt, hey, ihr seid auf dem richtigen Weg, macht weiter so, wir stehen hinter euch. Also vielen Dank an der Stelle es ist wirklich einmalig. Wir versuchen zwar das eine oder andere zurückzugeben mit unseren durchgeführten Events wie das digitale Business-Frühstück mit den AHA-Hotels wie zum Beispiel den digitalen Handwerker-Stammtisch mit In-Software. Das sind Dinge, die Saisoneröffnung Leidenlos auf der Königin Silvia heißt von der Weißen Flotte. Die geplanten Events hoffen wir, dass wir durchführen können. Das wäre praktisch das Afterwork auf der Terrasse von Pier 4 in Heidelberg. Das wäre ein Sponsoren-Fußballturnier zur Saisoneröffnung. Wir hoffen, dass wir da ein Stück weit ein bisschen zurückgeben können. Wir hoffen, dass wir da ein Stück weit Gemeinschaftsgefühl wieder entstehen lassen können. Das sind Dinge, das sind Kleinigkeiten, die wir tun können für sie. Aber das ist halt im Moment gerade auch alles, was wir machen können. Und wie gesagt, diese Kompensation, diese Ersatzleistung, die digitalen Formate, der digitale SVS, das sind alles Dinge, die wir Ihnen, die wir für sie jetzt irgendwo noch tun und anbieten können. Und deshalb nochmal vielen Dank und toi toi toi, dass alles so bleibt. Aber ich bin wirklich stolz auf diesen Verein und ich glaube, den Stolz und die Selbstverständlichkeit des Zusammenhalts, das haben wir gerade auf, sagen wir mal, 95 Prozent aller Sponsoren übertragen die letzten Jahre. Das ist ein unglaubliches Commitment, ein unglaublicher, ein unglaublicher Schulterschluss, ohne Frage. Trotz allem, ja, ich will nicht den Spielverderber hier mimen, aber wir haben auch noch große Dinge, die vor uns liegen. Wir haben noch enorme Herausforderungen, die wir vielleicht im Moment auch noch gar nicht so abschätzen können. Aber ja, vielleicht können Sie uns da auch mal einen Überblick geben und damit auch nochmal klar machen, warum die Unterstützung gerade in dieser Phase auch so wichtig ist. Ja gut, wie gesagt, um eine verlässliche, seriöse Saisonplanung für nächste Runde hinzubekommen, ist ganz klar, du musst wissen, wie du finanziell ausgestattet bist, das ist ganz klar. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass wir, oder es ist nicht mehr, ich denke, keinem unbekannt oder geblieben, dass wir auch das Thema Plätze für die Jugend, für den Nachwuchs, die zwei Trainingsplätze bauen. Wir müssen hier Stadion umbauen, idealerweise Stadion an einem neuen Standort bauen, hier kreativ sein für die Bevölkerung in Sandhausen und der Metropolregion Wohnraum schaffen. Das sind schon brutale Herausforderungen, die wir haben. Aber wie gesagt, wer uns kennt und sieht, was hier die letzten 15 Jahre entstanden ist, der weiß, dass wir auch da den Ehrgeiz haben, dass wir auch da jetzt kämpfen darum, diese großen Meilensteine anzugehen und zu meistern. Da freuen wir uns drauf und da nehmen wir natürlich gerne alle mit, ohne Frage und wir werden auch weiterhin versuchen, das kann ich an der Stelle versprechen, auch im Namen der Kollegen an der Spitze mit Tommy Thiel und Julien Deny, dass wir maßgeschneiderte Angebote, wenn es im Moment auch nur in digitaler Form ist, natürlich bereitstellen. Wir haben die Reichweite schon auch enorm steigern können, das ist richtig gut für uns und da arbeiten wir natürlich dran und werden auch versuchen, die Corona-Krise dafür zu nutzen, ohne Frage. Gut, man muss sagen, von der DFL aus ist natürlich auch ein Zukunftsthema das Thema E-Sports. ganz klar, da sehen wir von der DFL aus ein wahnsinniges Potenzial für die Zukunft, was die Vermarktung betrifft. Also das wird die nächsten fünf Jahre explodieren und von dem her vielen Dank auch an unsere Partner, insbesondere Rewe Finanzhaus Maisch, die als große Unterstützer unserer E-Sport-Abteilung. Da fungieren, auch wenn der E-Sport im Moment bei uns den Profis fast es nachmacht. Ja, da muss man, glaube ich, auch schon ein bisschen unterscheiden. Wir arbeiten ja nicht mit Agenturen und professionellen Spielern zusammen, sondern wir arbeiten wir nicht mit Agenturen zusammen und holen uns keine Profispieler für viel Geld rein, sondern versuchen, das sinnvoll aufzubauen, wie wir das im anderen Bereich auch gemacht haben. Aber, wie gesagt, das steckt noch in den Kinderschuhen, nicht nur bei uns, sondern auch in ganz Fußball-Deutschland. Da wird noch ein Potenzial da sein und da gibt es auch noch ein großes Potenzial für Sponsoren, sich zu präsentieren. Bei E-Sport sind wir auch schon ganz nah an den Fans, weil viele haben natürlich auch die Möglichkeit, da ein bisschen mit einzusteigen und gerade auch im Moment in dieser Zeit sich ein bisschen Abwechslung zu verschaffen. Wir haben zuletzt hier eine tolle Aktion vor dem Osnabrück-Spiel gehabt. Wir haben den Bus dementsprechend nach Braunschweig verabschiedet. An der Stelle müssen wir auch sagen, wir hoffen, dass immer alles im Rahmen bleibt bei aller Euphorie und Unterstützung, die sich die Mannschaft natürlich auch wieder verdienen muss. Aber sie haben schon das Häuferen gesagt, nur als Gemeinschaft werden wir den Klassenerhalt schaffen, nur als Gemeinschaft können wir das Ganze angehen. Und auch der Turnaround der Fans von sehr viel Kritik jetzt in Unterstützung waren ganz, ganz wichtige Punkte in unserem Kampf um den Klassenerhalt. Aber wir müssen natürlich auch fragen, wann schätzen Sie ein, dass es auch wieder zur Normalität zurückgehen kann? Natürlich der Besuch im Stadion, aber auch andere Dinge, wie beispielsweise, wann kann Fußballtraining in unserem NLZ wieder stattfinden? Wann können wir einfach den Zusammenhalt auch nach außen hinzu demonstrieren, ohne großartig auf verschiedenste restriktiven Rücksicht nehmen zu müssen? Gut, von hinten angefangen. Das NLZ, da stehen wir jetzt relativ kurz bevor. Wir müssen schon aber eine Perspektive haben, dass wir die Jungs nicht herholen und zwei Tage später wieder nach Hause schicken müssen, weil der Inzidenzwert explodiert ist. Von dem her gehen wir das ein bisschen vorsichtiger an wie andere Vereine. Also ich denke, dass wir nächste oder übernächste Woche wieder anfangen, in kleinen Gruppen da zu trainieren. Ich sage mal, wenn es nach mir allein gegangen wäre, hätte ich noch länger gewartet, weil ich einfach denke, den Jugendlichen muss man auch zulassen, dass sie Kontakt haben, wenn sie Fußball spielen, dass sie auch mit Körperkontakt Fußball spielen, was ja nicht zulässig ist. Es ist eher schwierig, aber wie gesagt, wir wollen die ja von der Straße holen, wir wollen sie wieder sozial einbinden, wir wollen sie nicht von der Straße, sondern von zu Hause rausholen, so rum, und wollen sie wieder sozial eingliedern, was ja nach so langer Zeit auch schwierig ist. Wir wollen auch so mal die Emotionen wieder, dass sie Emotionen rauslassen können, aber da gehört halt auch zu Emotionen rauslassen, gehört nicht dazu, dass sie in kleinen Gruppen um den Sportplatz rumrennen, sondern da gehört auch dazu, dass sie Zweikämpfe bestreiten, dass sie in diese Emotionen reinkommen, die wir ja, die Luft, die wir ja da ablassen wollen. Also von dem her denke ich, dass wir nächste Woche, spätestens übernächste Woche da wieder so langsam in Betrieb reingehen, natürlich auch, denke ich, auch freiwilliger Basis, also die Elternteile, die die Kinder her schicken oder herlassen, herbringen, die nehmen wir also nicht unter Zwang, also das machen wir nicht, das soll eine freiwillige Geschichte sein. Von dem her denke ich, dass wir das wieder so langsam andrehen, das NLZ. das mit den Fans muss man echt dazu sagen, die Reaktion vor dem Osnabrück-Spiel war die richtige. Ich habe mit einigen gesprochen, klar haben sie auch wirklich die Hygienevorschriften mit Maske und Abstand, das war schon, das war wirklich gut und respektvoll. Wir haben, das war ein Unglaubnis, das hat man gemerkt an der Mannschaft, das war, da haben sie unglaublich die Mannschaft positiv gepusht hier vor den Eingangstoren, wie sie aufgetreten sind, das war positiv. Gott sei Dank raus aus einer Entwicklung, die negativ war, muss ich aber sagen, hat die Presse angezündet mit unwahren Artikeln, also wirklich Unwahrheiten, die gar nicht so stattgefunden haben, wie zum Beispiel, als ich in St. Pauli vor die Mannschaft wäre und hätte, was weiß ich, was erzählt von der ersten Liga und sonst was, was die Bild-Zeitung gebracht hat, es ist erstunken und erlogen, ich bin nach dem St. Pauli-Spiel durch die Kabine gelaufen, auf dem Weg zur Trainerkabine, da waren sechs, sieben noch da gesessen, die anderen waren sogar unter der Dusche schon, da habe ich lediglich gesagt, hey, Jungs, aufgeben gibt es nicht, das ist keine Option, wie gesagt, das war auf dem Weg zur Trainerkabine, in der Bild-Zeitung hätte ich angeblich gesagt, was denken ihr, was ihr seid und ich investiere hier mein Geld nur, um in die erste Liga zu kommen und nicht die Mannschaft klein gemacht, es war erstunken und erlogen, auch was dann teilweise hier unsere regionale Presse daraus gemacht hat, das sind Dinge, die waren komplett falsch berichtet, ja, auch das Thema hier, Stadionssprecher und so weiter, es war völlig, völlig falsch recherchiert, völlig an der Sache vorbeigeschrieben und dann verstehe ich natürlich, dass sich der ein oder andere Fan da anzünden lässt von so einer negativen Berichterstattung und denkt, sag mal, was machen die, sind die abgehoben, sind die bescheuert, was treiben die überhaupt hier, da hat die Presse uns einiges angezündet über zwei Wochen, aber Gott sei Dank und vielen Dank da an die Fans, haben die die Kurve bekommen mit uns zusammen und es ist wichtig, den Schulterschluss zu üben, wir müssen zusammenhalten, alles andere ist keine Option, es muss hier ein Zusammenhalt her und Kritik, dann von mir aus nach der Runde, aber jetzt ist ein Schulterschluss wichtig, das merkt die Mannschaft, wenn eine positive Energie aus dem Umfeld da ist und ich habe es vorhin schon gesagt, für uns gibt es zwei ganz wichtige Gruppen, die wir gerne hier wieder im Stadion hätten und hoffentlich so schnell wie möglich, das sind unsere Stammfans, unsere Fanklubs und unsere Sponsoren, das sind unsere zwei wichtigen Säulen und die hätten wir ganz gerne schnell wieder im Stadion, von dem her arbeiten wir alle daran, wie gesagt, deshalb nochmal den Dank an die Fans, Gott sei Dank habt ihr die Kurve bekommen, das wäre fatal geworden, weil sowas überträgt sich sofort auf die Mannschaft. In dem Zusammenhang darf ich auf eine ganz tolle Fanaktion noch hinweisen, ich bin selber sehr gespannt drauf, weil wir Sandhäuser sind, heißt sie, wir haben Fans gebeten, vielleicht hat auch der ein oder andere Partner mitgemacht, eine kurze Videobotschaft zu schicken, die wir dann vor dem Düsseldorf-Spiel zusammenschneiden werden und dementsprechend auch ausstrahlen, auch bei der Mannschaft und erhoffen uns da natürlich genau dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses gegenseitige Pushen, um auch da einfach mal die letzten Körner noch rauszuholen. Dann dürfen wir uns an der Stelle bei unseren Partnern und Sponsoren ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich darf mich natürlich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Herr Machmeier, und komme quasi zur Abmoderation. Das war nämlich unser Echt und Anders Podcast mit dem Präsidenten des SV Sandhausen, mit Jürgen Machmeier, von dem wir jetzt wissen, dass er leidenschaftlicher Skifahrer ist und den Winter dem Sommer vorzieht. Dass er einen ausgeprägten Aberglauben hat und das Keyword Socken wird dem einen oder anderen in Erinnerung bleiben. Und dass er gemeinsam mit seiner Frau ein erfolgreicher und ambitionierter Hobbykoch, Hobbyköche sind. Wenn es euch gefallen hat, an der Stelle weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Wir grüßen vom Hartwald ganz herzlich. Nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ebenfalls von mir. Tschüss zusammen.